Hallo ihr Lieben, ich habe heute wieder mit euch vor, Epoxy-Tarts-Untersetzer zu machen. Ich dachte mir, ich fange einfach auch nochmal bei den Basics an, so ein bisschen versuche ich das nochmal so ein paar Sachen zu erklären, zu erzählen. Und dadurch ist es ein Mini-Mü jetzt länger geworden als jetzt meine letzten Videos, aber ich glaube, ihr habt da ein bisschen Spaß dran und es gibt ja immer wieder auch neue, die sich gerne damit auseinandersetzen möchten. Und da glaube ich, ist es gut, wenn man auch manche Sachen immer nochmal erzählt. Für das Epoxy-Tarts hat man so ein bisschen eine Grundausstattung, nämlich das Epoxy-Tarts selbst. Das heißt, ich nutze oft das Resin-For-Decor, das besteht aus dem Harz und aus dem Härter. Das Ganze wird zu 50-50 angemischt, also 50 oder ein Teil Harz und ein Teil Härter. Und wie gesagt, das Resin-For-Decor, das nutze ich dann mit der Optimum-Viskosität. Das ist für mich aktuell die beste Variante gewesen. Ich weiß, dass viele auf andere Sachen, andere Harze auch stehen. Da muss, glaube ich, jeder für sich einfach mal austesten. Ich habe es für mich eigentlich zu Anfang das genutzt und finde es wirklich am besten. Ich hatte zwischendrin jetzt mal von der gleichen Firma allerdings auch mit einer anderen Viskosität. Also die war so ein bisschen dickflüssiger. War für mich jetzt nicht ganz so schön zu verarbeiten. Und aber dementsprechend, da ist es dann halt so ein bisschen für mich jetzt mein Harz geworden. Vielleicht probiere ich irgendwann mal ein anderes aus, aber das muss ich nochmal schauen, weil eigentlich bin ich ja mit dem auch zufrieden. Ja, dann braucht man Farben. Die gibt es in unterschiedlichen Varianten. Es gibt so Mika-Pulverfarben. Es gibt flüssige Farben für Epoxidharz. Dann gibt es auch Alkohol-Infarben, die sich auch wunderschöne Effekte machen. Da habe ich auch schon Videos zu hochgeladen. Schaut da gerne mal rein. Ja, ansonsten, ich nutze immer Plastik- oder Pappbecher. Die Plastikbecher, so eine durchsichtigen, nutze ich unglaublich gerne zum Anmischen erstmal, weil da kann man auch am besten einfach reinschauen, wie sieht es aus, wie gut habe ich schon das Ganze umgerührt. Das Ganze sollte auch relativ gut durchgemischt werden. Ich habe so immer im Schnitt zwischen 4-5 Minuten bei der Größe und habe dann so ein bisschen immer geschaut, die Ränder der Becher nicht vergessen. Und dann auch mal mitzurühren und auch den Boden. Und wenn man anfängt zu rühren, wird das Ganze so ein bisschen milchig. Ansonsten, dann wird es immer klarer und wenn es dann klar ist, dann ist man eigentlich fertig mit Rühren. Ich habe diesmal Untersetzer mit unterschiedlichen Farben. Ich habe so ein bisschen überlegt, hatte mal so ein bisschen in meinem Freundeskreis rumgefragt, welche Lieblingsfarben habt ihr. Und die habe ich dann dementsprechend jetzt versucht, einfach mal umzusetzen, weil mir war irgendwie mal danach, an diese Menschen auch gerne etwas zu verschenken. Und zum Teil haben sie es schon, zum Teil noch nicht. Aber ich dachte mir, das ist okay, nicht jeder guckt auch immer mein Video von denen und dementsprechend war das dann auch in Ordnung, dass ich das jetzt auch hochlade. Ja, wichtig ist, ich nutze hier gerade eben auch das Feuer für die kleinen Mikrobläschen. Da unbedingt auch aufpassen, dass eben nicht zu dolle an die Silikonform reingegangen wird, beziehungsweise zu lange. Dann kann das anfangen zu qualmen und das ist ganz, ganz schädlich für die Form, für das Harz. Und also da so ein bisschen anfangen, so ein bisschen vorsichtiges Gefühl zu entwickeln. Ich gehe immer schnell rüber, gucke, dass die Mikrobläschen weg sind. Manchmal warte ich auch nochmal einen Moment, weil manchmal auch noch kleine nachkommen. Die, dann gehe ich auch später nochmal drüber. Und ja, ansonsten, ich habe immer das Klare in so einem großen Becher drin. Dann die Farben mische ich dann in so einem kleineren Pappbechern. Weil ich arbeite lieber mit kleineren Größen als jetzt mit extrem großen Bechern. Ich weiß, ich kenne so ein paar Epoxidharz-Künstler, die arbeiten mit so einer Menge. Die kann ich gar nicht stemmen. Also die könnte ich weder wirklich anrühren, die könnte ich auch... Also für mich wirklich nicht händelbar. Und ich liebe die kleinen Sachen. Ich habe unglaublich viele tolle Formen. Dazu gibt es auch ein Video, wo ich alle meine Silikonformen mal zeige. Und da gibt es einfach so viel Auswahl. Und es kommen mir immer wieder noch welche hinzu. Und ich liebe sie. Also man hat so eine Schwachstelle irgendwann. Das ist aber auch manchmal mit Farben so. Ich hatte jetzt letztes Jahr so einen Epoxidharz-Adventskalender geholt. Das hat jemand angeboten, wo mehrere Farben drinne waren. Und auch die einfach mal die Farben auszuprobieren. Wie funktionieren die am schönsten? Und das sind auch total unterschiedlich. Ich hatte bisher auch wenig mit Pasten zu tun. Und also sowas dann einfach mal auszuprobieren. Macht schon Spaß. Und jedes Ergebnis ist einfach unterschiedlich. Dann ist übrigens noch wichtig. Das hatte ich vergessen. Das hätte eigentlich fast am Anfang reingehört. Handschuhe sind unglaublich wichtig. Die Butter unbedingt immer anziehen. Und eine Maske. Ich weiß nicht, jeder macht es. Und ich habe es auch nicht immer gemacht. Muss ich dazu sagen. Ich habe aber in der Regel dann immer das Fenster komplett offen. damit das funktioniert. Und wenn ich sie wirklich nicht aufsetze, dann habe ich wirklich nur ein ganz kleines Projekt gemacht. Und jetzt heute, also diesmal habe ich sie aufgesetzt, weil einfach das Ganze ein bisschen aufwendiger war. Ich habe ein bisschen länger dran gesessen. Und dementsprechend habe ich auch die Maske aufgesetzt. Also da so ein bisschen auf die Sicherheit, aber eben auch die Eigenverantwortung im Blick behalten. Gerade bei Kindern oder so, wenn Kinder das machen, macht einfach eine Maske Sinn. Alles andere macht keinen Sinn. Und dementsprechend denkt da einfach dran. Ja, meine Freunde, die ich ja gefragt hatte, die haben ganz unterschiedliche Farben gehabt. Und die eine hat eben blau und pink gehabt. Dann gab es noch lila und gelb als Kombination. Dann gibt es noch braun, was gerne genommen wird. Ich hatte auch schon jemanden, das Video habe ich auch schon hochgeladen, der hatte orange, gelb und grün. Wobei orange die Hauptfarbe war. Und ich mag ja sowas, wenn Farbkombinationen vielleicht zusammentreffen, mit denen man gar nicht gerechnet hätte. Und die dann wirklich auch gut zusammenpassen. Und also probiert das einfach mal aus. Fragt mal vielleicht im Bekanntenkreis und welche Farbkombinationen vielleicht kommen. Und wenn es ihr dann mal ausprobiert, probiert einfach mal die Farbkombinationen, die ihr vielleicht sonst gar nicht nehmen würdet. Oder denkt, das kann gar nicht gut aussehen. Bei Epoxidharz, da kommen so schöne Effekte und teilweise auch so überraschende Sachen, dass man dann irgendwo denkt, hätte ich nicht gedacht, aber finde ich gut. Und ja, also dadurch, ja. Der Nachteil von Epoxidharz, finde ich zumindest, ist, dass leider das Aushärten immer ein bisschen länger braucht. Und dadurch 24 Stunden steht bei meinem jetzt drauf. Es gibt, glaube ich, auch welche, die brauchen entweder länger oder halt kürzer. Guckt da unbedingt immer auf die Anleitung drauf. Auch beim Mischverhältnis ist jedes Harz teilweise unterschiedlich. Also schaut da unbedingt immer auf die Anleitung, auf was ihr achten müsst. Und ja, ansonsten auf meinem Kanal habe ich ja schon relativ viele Videos einfach auch zum Basteln generell hochgeladen. Und die kommen übrigens immer sonntags um 12. Und sonntags kommen dann auch immer mal Musikvideos, in der Regel um 16 Uhr. Je nachdem, was dann so war irgendwie, wenn ich vorher weg gewesen bin, dann kommt in der Regel auch ein großes Video. Das heißt, ich filme dann in der Regel die kompletten Auftritte. Das sind dann oft zwei Stunden. Und irgendwann werden dann immer einzeln dann die Lieder nochmal hochgeladen. Und eine Zeit lang habe ich das immer täglich gemacht, weil ich so viele einzelne Lieder habe. Habe aber auch festgestellt, eigentlich will das, glaube ich, keiner, dass jeder irgendwie jeden Tag irgendwie ein Video von mir sieht. Und dementsprechend habe ich dann irgendwann das Ganze auf einmal in der Woche eingeschränkt. Und dadurch funktioniert das jetzt auch ganz gut. Mal mehr, mal weniger. Ist aber auch okay. Nicht jedes Lied kann jedem gefallen. Nicht jedes Bastelvideo kann jedem gefallen. Also jede Basteltechnik. Und dadurch ist es auch, ich sage ja auch immer, für mich ist es ein Hobby. Ich möchte für mich selber auch Erinnerungen festhalten. Was habe ich schon gemacht? Gerade auch, wenn ich Sachen verschenkt habe. Mir fällt da immer so das Hochzeitsgeschenk ein für meine Freundin letztes Jahr. Ich freue mich, dass ich es mir immer noch mal anschauen kann. Ich habe es ja verschenkt. Also ich kann es mir nicht immer anschauen, außer ich bin jetzt bei meiner Freundin. Aber ansonsten ist es natürlich schön, dass man sich die Sachen einfach noch mal in Erinnerung rufen kann. Ob jetzt Musik oder Basteln oder andere Sachen. Also dadurch ist es für mich eine wunderschöne Art, damit jetzt so die Erinnerung festzuhalten. Ja, diesmal habe ich übrigens vor, und da muss ich auch gestehen, ich habe leider vergessen, das Ganze zu filmen. Ich habe diesmal, als die ausgehertet haben, ich zeige euch ja gleich noch die Ergebnisse, wie ich es ausgepackt habe. Ich habe diesmal danach noch Namen drauf gemacht. Ich habe es vergessen zu filmen. Es tut mir leid. Ich hoffe, ich denke das nächste Mal dran, weil ich glaube, dass das vielleicht auch ganz interessant ist, wie jeder damit so, ich bin da drin kein Profi. Im Gegenteil, ich kämpfe manchmal unglaublich dolle mit. Aber ich habe mir letztes Jahr zum Black Friday ein neues Spielzeug gegönnt, nämlich den Cricket Joy. Und ich habe mich bewusst für den Kleinen entschieden, weil die anderen Sachen, die sind so groß immer. Und ich möchte, ich habe einfach diesen Platz nicht, um große Geräte bei mir stehen zu haben. Und dementsprechend habe ich dann eben mich für den Cricket Joy entschieden. Der macht seinen Job. Ich brauche eigentlich auch nicht viel. Ich habe mir gekauft, weil ich gerne die Namen oder ähnliches eben damit, gerade hauptsächlich eben das Epoxid hat, damit eben ein bisschen verschönern möchte, durch Namen, durch andere Projekte. Hier habe ich jetzt zum Beispiel die Namen jeweils gemacht und dann zum Beispiel einen Anker. Und ich habe auch ein Mikrofon zum Beispiel oder eben halt nur den Namen. und dementsprechend ist das für mich halt so eine schöne Spielerei, womit man die Sachen personalisieren kann. Und wie gesagt, ich habe es nur vergessen zu filmen. Ich habe aber einen kleinen Ausschnitt, auf jeden Fall, wie ich es dann festmache. Erzähle ich euch aber gleich nochmal was zu. Wie gesagt, erst mal zeige ich euch die Ergebnisse, wie ich es aus der Silikonform nehme. Ich war sehr positiv überrascht über die Ergebnisse. Für mich sind die sehr, sehr schön geworden. Hätte ich nicht gedacht. Ich hatte jetzt zwischendrin manchmal so ein bisschen gestruggelt, dass das irgendwie nicht ganz so schöne Effekte ergeben hat. Aber das lag, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, am Harz, weil ich nämlich nicht mehr die Optimumviskosität hatte, sondern eine, die dickflüssiger war und einfach dadurch die Effekte anders waren. Und für mich natürlich auch eine Erkenntnis, dass ich bei meiner Optimum bleibe. Vielleicht finde ich irgendwann raus, wofür für mich die andere auch nochmal gut ist. Aber erst mal finde ich die jetzt am schönsten. Die ist dünnflüssiger. Dadurch kommen die Effekte nochmal anders. Oder da kommen die für mich schönen Effekte, die ich einfach am schönsten finde. Ich weiß, dass viele mit anderen Harzen auch arbeiten und dort halt die Effekte viel schöner finden. Es gibt Sachen, wofür ich es vielleicht brauchen könnte. Es gibt welche, die machen zum Beispiel solche Blumen zum Beispiel immer damit. Und würde ich natürlich auch gerne und ich glaube, das geht mit meinem Harz nicht. Oder ich müsste es halt um einiges länger stehen lassen. Die Bearbeitungszeit ist ja so ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und dementsprechend, da kann man sich so ein bisschen auch Zeit lassen. Es gibt auch welche, die haben zum Beispiel nur 20 Minuten. Da muss man ein ganz kleines bisschen schneller sein. Und es gibt aber eben auch Materialien zum Beispiel, da muss man noch schneller sein. Nämlich bei dem Resin. Resin von Raya zum Beispiel. Das ist so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Porzellan, aber das hat schon, da können keine transparenten Effekte passieren, sondern da ist wirklich alles so ein bisschen eben Richtung Porzellan unterwegs. unglaublich schönes Material. Ich fasse das auch so gerne an, weil das so einen schönen glatten Effekt hat. Aber da muss man eben auch sehr schnell sein, aber es härtet auch sehr, sehr schnell wieder aus. Also für Ungeduldige ist das auf jeden Fall dann auch ein sehr schönes Material. Hier habe ich mir jetzt noch eine Silikonform genommen, weil ich noch Reste hatte. Und ich weiß, dass es gibt welche, die gießen ja öfter und die haben immer eine große Form da stehen und da werden dann immer alle Reste reingegossen und ich brauche keine große Form, weil so oft mache ich es jetzt nicht. Also dementsprechend reicht mir so ein Untersetzer und der Untersetzer ist gerade so voll geworden. Also so viele Reste hatte ich jetzt nicht, aber es hat gereicht und ich finde, das Ergebnis ist auch sehr, sehr schön geworden. Das zeige ich euch gleich. Dadurch war das dann auch in Ordnung. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, falls ihr schon ein Abo da gelassen habt oder zum Beispiel eben auch einen Daumen nach oben gegeben habt. Könnt ihr vielleicht auch gerne mal reinschreiben, was bastelt ihr immer ganz gerne? Macht ihr zum Beispiel auch gerne Resin oder nicht Resin, Resin, also Epoxidat. Das klingt manchmal alles so ähnlich und wenn man es falsch ausspricht, könnte man denken, dass das ein anderes ist. Und ja, also dementsprechend schreibt gerne mal rein, was bastelt ihr total gerne? Was wollt ihr zum Beispiel auch gerne mal sehen? Habt ihr Fragen? Habt ihr Fragen zum Basteln? Zu mir vielleicht auch? Ich hatte auch schon mal ein Video hochgeladen, wo ich so ein bisschen auch von mir erzählt habe und werde es bestimmt auch nochmal machen und einfach um da so ein bisschen zu zeigen, wer bin ich eigentlich? Warum mache ich die Dinge? Wie bin ich? Und ja, aber wie gesagt, das alles immer nach und nach. Ich habe da keinen Druck. Ich mache es auch für mich. Wie gesagt, ich will da auch Spaß dran haben und das muss immer passen. So, hier kommt jetzt die Enthüllung und hier ist der Resteuntersetzer. Wie gesagt, ich mag das Ergebnis. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das kommt ein blödes Ergebnis, aber das hat was von einer Karte irgendwie, von so einer Landkarte. und aber gut, hätte ich, wie gesagt, so nicht gedacht. Hier haben wir das braune Ergebnis. Da habe ich so einen braunen, rotbraunen mit drin her. Ist auch ein unglaublich schönes Ergebnis geworden. Wie gesagt, auch da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Ergebnis so schön wird und ich mag eben die viereckigen aktuell sehr gerne. Also die Silikonform und auch die mit so einem leichten Rand auch drüben drüber und ja. Hier haben wir jetzt das lila-gelb. Da ist mehr das lila im Vordergrund. Eine Freundin hatte lila und gelb als Kombination. Fand ich jetzt auch eine sehr schöne Kombi. Dann haben wir das Ganze. Da ist so ein bisschen das gelbe im Vordergrund. Es ist nicht ganz das schillernde Gelb, wie ich es vielleicht gerne gehabt hätte, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schön gewonnen. Es hat was Spezielles und dadurch finde ich das wirklich schön. Die Kanten werden übrigens noch so ein bisschen immer nachbearbeitet mit dem Endkrater oder eben mit so einer leichten elektrischen Pfeile, wo ich immer minimal an den Kanten rübergehe, damit die nicht ganz so scharf dann auch sind. Also da so ein bisschen üben damit mit dem Endkrater brauche ich glaube ich noch einen Moment. Da bin ich noch nicht ganz so firm drin, habe aber eben schon ein bisschen damit gemacht und damit eben auch die Kanten so ein bisschen weicher gemacht, damit man sich nicht wehtut oder Kratzer auf den Tisch reinholt und da also so ein bisschen schauen. Ja, hier haben wir jetzt das Blau mit dem Pink und auch das finde ich ist eine schöne Kombi. Da ist jetzt mehr das Blau so ein bisschen auch in Kombination diejenige hatte sich so ein bisschen ein dunkleres Blau gewünscht. Ich habe es nicht ganz so dunkel hinbekommen, deswegen ist es so ein bisschen heller noch, aber sie hat sich gefreut, auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt die eben noch ein bisschen umsortiert, weil ich gemerkt habe, dass die irgendwie noch so ein bisschen ja nicht mehr weich, aber trotzdem irgendwie noch sich geformt haben, als ich die bloße auf die Silikonform gelegt habe und dementsprechend habe ich sie dann doch lieber flach auf den Tisch gelegt. Das hier sind die schwarz-goldenen. Ich mag die Farbe sehr, auch wenn das Gold, das ist jetzt kein typisches Gold, muss ich mal sagen, aber das passte jetzt ganz gut zu dem, was ich vorher hatte. Das ist nämlich eine Firma, die hat diese Farbkombination im Logo und dadurch dachte ich, nehme ich doch diese Farbe und mache dann eben die Namen der jeweiligen mit drauf. Und ich finde, die sind zum Glück auch alle ähnlich geworden, also da kann dann keiner sagen, warum sieht denn meins so aus und nicht so und der andere ist doch viel schöner und Ansichtssache. Ja, übrigens, falls ihr es seht, meine Finger kommen so ganz leicht durch, was auch immer einen schönen Spiel dann der ganzen Farben hat und ja, hier habe ich jetzt, ihr seht schon, dort sind jeweils überall die Namen drauf beziehungsweise auch der Anker. Der Anker, da stehen die Namen auch mit drin. Ich zeige euch später nochmal das ganze Ergebnis gleich. Ich habe es auch nur zum Teil jetzt mitgefilmt beziehungsweise euch jetzt hier auch reingestellt, weil das unglaublich lange dauert. Das ist immer nur eine dünne Schicht, die ich oben drüber mache, damit die Aufkleber eben nicht abgehen, kommt einfach nochmal eine ganz dünne, klare Epoxid-Tarts-Schicht drüber. Das Ganze wird damit auch so ein bisschen stabiler, wenn Wärme, zum Beispiel, wenn eine Tasse draufgestellt wird und dadurch macht eine zweite helle Sicht Schicht, ähm, Lel, Mann, Hilfe, ich kann nicht mehr reden, eine helle Schicht, also eine transparente Schicht da nochmal drüber. Erstens schützt man damit die Aufkleber, die ja sonst runtergehen würden, wenn man mit der Zeit, weil die dann eben vielleicht doch nicht mehr halten und dementsprechend da einfach so ein bisschen immer nochmal überlegen, macht so eine transparente Schicht jetzt Sinn und wie gesagt, die ist so gering, diese Schicht, dass ich halt wirklich ganz vorsichtig die einfach rein und dann so ein bisschen geschwenkt habe, damit das halt alles bedeckt ist. Und dadurch, da das aber so langwierig ist, weil dieses Harz ja dann auch einen Moment braucht, bis es in die richtigen Ecken überall reinfließt, habe ich euch jetzt nur so einen ganz kleinen Teil mit reingeschnitten. Und hier seht ihr auch mein, das Mikrofon, das, was für mich eben auch wichtig ist, ich gehe auch singen. Ich bin keine begnadete Sängerin, aber Musik und Singen ist einfach sowas, was so entspannt und einfach wunderschön ist, dass man da einfach so ein bisschen für sich seine Seele ein bisschen fliegt, wie ich so schön sagen würde. Also dementsprechend, ihr merkt schon, Musik gehört für mich dazu. Ich zeige euch jetzt gleich noch die Ergebnisse nochmal im Detail, auch mit den Namen dazu und dadurch hoffe ich, dass euch die jetzt auch gefallen und die hier unten übrigens liegen, die zeige ich euch in einem anderen Video. Das hätte jetzt das Ganze ein bisschen gesprengt, deswegen kriegt ihr die nächstes Mal, beim nächsten Mal mitzusehen. Ich weiß noch nicht, wann ich das dann hochlade, aber die sind dann beim nächsten Mal mit dabei. Ja, hier sind die mit dem Anker. Ich finde die wirklich schön geworden und die passen da einfach auch so schön zu. Und ja, die haben auch einen schönen Effekt, also sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite und ich hatte lange nicht, dass ich so zufrieden war mit denen. So, wir sind fast durch. Ich sage schon mal ganz lieben Dank fürs Schauen und kommt gerne wieder, immer sonntags. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder da seid und wenn es euch gefällt. Und wie gesagt, Abo, Kommentar, Daumen nach oben. Ich freue mich über alles und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.